Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, heute ist es soweit. Heute gibt es von mir die News, die uns am 20. Mai erwarten. Und zwar kommt die Season 3 raus, beziehungsweise das Mid-Season-Update kommt raus. Ja, da muss ich mich mal korrigieren. Und zwar in dem Video erfahrt ihr einfach mal die wichtigsten Neuigkeiten, die bis jetzt feststehen. Und zwar die Roadmap für die Mid-Season ist noch nicht da. Aber es gibt auf jeden Fall schon Spekulationen und bestätigte Sachen von Treyarch, die über Twitter bestätigt wurden, die ich euch heute in dem Video einmal vortragen werde. Und ich würde einfach mal easy peasy lossteppen und euch erstmal die ersten Sachen vorlesen. Erstmal die grundsätzlichen Basics, wie ich es sonst immer mache. Und zwar handelt es sich dabei um den Patch 3.5, der am 20. Mai rauskommt. Wir haben heute den 18.05. und zwar ist der Preload Patch schon rausgekommen. Ja, also heute, heute Morgen glaube ich so gegen 9 oder 10 Uhr ist er auf jeden Fall runterladbar. Und zwar handelt es sich dabei auf der Xbox und auf der PS4 um folgende Größen. Einmal 5,3 und 5,9 GB komprimiert, ja. Der konkrete Patch ist jedoch erst am 20. Mai spielbar, ne. Also dort erwarten uns dann die vollständigen Inhalte. Ich weiß nicht, ob da noch eine Roadmap kommen wird. Ich denke mal aber schon. Vielleicht erwartet uns die, glaube ich, am Morgen sogar. Ich weiß es nicht genau. Wenn ich da mehrere Infos zu habe, werde ich das auf jeden Fall euch auf Instagram oder Facebook teilen. Ihr könnt mir auch gerne mal auf den anderen Social Media Kanälen folgen, wenn ihr da auf jeden Fall Bock drauf habt. Ist aber kein Muss, ja. Auf YouTube bin ich immer noch am aktivsten, sage ich einfach mal, ne. Und zwar wie vorhin schon erwähnt, die konkreten Patch Notes liegen zur Zeit nicht vor. Aber Activision hat auf jeden Fall schon einige Sachen getweetet. Und darunter fand zum Beispiel, dass das nächste Event zum Beispiel, ich sag mal, in Anführungszeichen den Obergriff 80er haben wird. Ja, das haben wir zum Beispiel auch bei Warzone gesehen. Und zwar wurde die Map ja auch umgeändert zur 80er Map. Dementsprechend erwarten uns zwei neue Operator. Einer davon ist auf jeden Fall schon bestätigt worden. Und zwar handelt es sich dabei um John Rambo. Da gibt es auch einen kleinen Tweet, beziehungsweise es gab am Anfang einen Tweet. Und danach gab es einen kleinen Trailer, wo man ihn finden konnte. Also wo man sein Auge gesehen hat. Ich blende das hier immer so ein bisschen im Hintergrund so ein paar Sachen ein, ne. Und der andere ist John McCain. Den kennen wir zum Beispiel aus Stirb langsam. Da gab es auch eine Vermutung von Ist es ange... Leute, ich muss mich da ein bisschen vorsichtig ausdrücken. Ja, das wurde noch gar nicht bestätigt, ne. Ich werde euch hier auf jeden Fall einfach mal ganz kurz Folgendes einblenden, wie ich darauf komme, dass es sich hierbei um McCain handelt. Und zwar handelt es sich hierbei einfach um wieder eine Frage, wie wir es bei Rambo hatten. Hier haben wir den Hashtag CowboyMcClean. Ich habe mich vorhin gerade eben versprochen, das hieß es nicht McCain, sondern McClane. Ja, 73 Kills. 5 Games played. 5 Wins, 10 House played. Und ja, ich denke mal, das ist nicht auszuschließen. Also Leute, wenn das jetzt nicht reinkommt, ja. Dann kann es sich nur noch um das AT-Modor, um Arnold Schwarzenegger handeln, ne. Aber Leute, ich denke mal, es wird auch so sein. Dementsprechend habe ich da auch eigentlich nichts mehr zuzufügen, ne. Leute, was ich vergessen habe zu erwähnen ist, dass wir im Multi-Team eine neue Map reinbekommen, ja. Und zwar handelt es sich dabei um die Map Duga, die wir schon aus Warzone kennen. Also dieses große Gerüst. Das wird es irgendwie abgeändert im Multi-Team geben. Bin auf jeden Fall gespannt, wie die Entwickler das hinbekommen. Aber Leute, das war es dann auch jetzt schon eigentlich zum Multi-Team, äh, zum Multiplayer, ne. Mehr Infos gibt es da auf jeden Fall auch nicht, äh, nicht mehr zu. Ansonsten wird auf jeden Fall vermutet, dass es sich beim Mid-Season-Update um ein großes, äh, Waffen-Balancing-Update handeln soll, ja. Und zwar sollen zum Beispiel LMGs, Sturmgewehre, Pistolen besser angepasst werden im Zombie- und auch im Multiplayer-Modus, ne. Was, äh, also was dort genau gebalanced wird oder was verbessert oder verschlechtert wird, ist auch bisher noch ungenau. Jedoch stehen da auf jeden Fall ein paar Vermutungen an, dass ein paar Waffen wieder generft werden. Und ein paar Waffen, die in der Vergangenheit schlechter gemacht wurden, sind auf jeden Fall jetzt wieder stärker gemacht, ne. Ansonsten, ich denke mal auch, dass wir dieses Mal, also jetzt beim Mid-Season-Update, die wunderschöne, gute, alte Map Stand-Off reinbekommen. Was ich mitbekommen habe, ist, dass nicht die Map 1 zu 1 reinkopiert werden sollte, sondern die Map soll angeblich ein bisschen verändert sein, ne. Weiß ich nicht, aber Leute, wir bekommen auf jeden Fall Stand-Off, da können wir uns auf jeden Fall drüber freuen, ne. Gleich ist, äh, kommt sie auch so rein wie damals, ne, nur mit den Cold-War-Grafiken. Aber weiß ich nicht, Leute, ne, da will ich auch nicht zu viel, äh, sagen, ne, nicht, dass ich da was Falsches sage, aber Fakt ist, wir bekommen auf jeden Fall Stand-Off. Äh, ansonsten, ne vollautomatische Pistole erwartet uns, ne, das ist einmal die AMP 63. Ich dachte ja am Anfang, dass die zur Season 3 reinkommt, aber nein, Leute, wir bekommen sie zur Mid-Season jetzt. Das ist einfach ne vollautomatische Pistole. Ist ne geile Sache, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die sich die am Anfang schlagen wird. Vielleicht ist es ja wieder wie die Psych-Off, wird, glaube, rausgehauen und einen Tag später wird die wieder komplett genervt, ja. Kann natürlich auch sein, vermute ich mal. Neben dem Multiplayer-Modus können sich auf jeden Fall die Zombie-Spiele auch für einen neuen Inhalt freuen, ja. Ich muss dazu sagen, COD gibt sich in der Zeit sehr viel Mühe für die Zombie-Community, ne. Zum Beispiel finde ich den Treyarch über Twitter an, dass die erste Outbreak-Hauptquest, äh, erfolgt, ja. Und zwar startet das Ganze am 20. Mai um 10 Uhr morgens. Passend dazu gibt es wie immer ein Zombie-Event. Ne, dieses Mal trägt es den Namen Order Encoder World Event. Mehr Infos bekommt ihr aber auf der Roadmap, wenn eine bekommt, ne. Da wurde auf jeden Fall noch nicht zu viel gesagt. Ich weiß nur, dass es sich wie immer um ein Event handeln wird. Und dass es halt die erste Outbreak-Hauptquest-Event geben wird, ja. Dazu kommt noch, dass man jetzt angeln kann. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, man kann jetzt angeln. Was man sich da genau darunter vorstellen kann, weiß ich nicht. Ob es jetzt Fische sind oder Zombies von irgendwo, keine Ahnung. Aber ich habe auf jeden Fall gelesen, dass man angeln kann. Lassen wir das einfach mal so im Raum stehen, was uns da erwarten könnte. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann mir wirklich nichts darunter vorstellen, was COD mit Angeln zu genommen sollte. Vielleicht ist es ja auch nur eine Anspielung auf irgendwas. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr euch darunter vorstellen könntet unter Angeln. Äh, keine Ahnung. Wirklich absolut kein Schimmer. Aber ich denke nicht, dass es Fische sind, ja. Neben dem Angeln kommen neue Dokumente dazu. Audios. Äh, ja. Requisiten sollten dann neu dazukommen. So habe ich es auf jeden Fall, äh, genau gelesen. Neu ist außerdem der zeitlich begrenzte Modus. Crank 2. No time to crank, ja. In Firebase Z und Maschine kann man den ganzen Spaß anspielen. Ich bin wie immer erwähnt nicht der, äh, Zombie-Spieler. Deswegen kann ich euch da nicht viel drüber erzählen. Ich muss auch nochmal erwähnen, COD hat da noch nicht viele, äh, Leaks zugegeben. Also noch nicht viel dazu gesagt. Ich habe es nur einmal gelesen, dass es sowas geben wird. Aber, äh, mehr erfahren wir halt die Tage, ja. Deswegen könnt ihr auch gerne mal Twitter abchecken von Call of Duty. Dort findet ihr wirklich immer die neuesten Nachrichten direkt aus der Zentrale, ja. Ich mache hier immer ein Video darüber, wenn ich was lese. Aber Leute, wenn ihr richtig schnelle Infos haben wollt, müsst ihr die auf jeden Fall mal auf Twitter abchecken. Äh, zudem wird die Mystery Box im Zombie-Modus erweitert. Ja, da kommen jetzt neue Waffen dazu, zum Beispiel die LC-10, die Pharah, die McTen, die Street Sweeper, die Street Sweeper Shotgun, ja. Die R1 Shadowhunter, also der Crossbow, eine ZRG kommt rein. Und die ganzen Nahkampfwaffen, zum Beispiel, äh, das Schild, äh, der Baseballschläger. Aber, apropos, Leute, wir kriegen auf jeden Fall jetzt passend zur AMP 63 auch den Baseballschläger rein, eliminiert in das Game, ja. Deswegen auf jeden Fall die ganzen Nahkampfwaffen, die wir in Cold War haben, kommen jetzt auch in den Zombie-Modus rein, ne. Ansonsten gibt's nicht viel mehr zum Zombie-Modus erwähnen, außer dass das, äh, Zombie-Leben von den Gegnern, also von den Zombies, ein bisschen angepasst wird. Einige werden ein bisschen stärker sein, einige ein bisschen schwächer. Ich hab mal gelesen, dass es zum Late-Game, also desto höher das Level wird, desto, also die sollen auf jeden Fall ein bisschen einfacher gemacht werden, ne. So ist das auf jeden Fall, äh, genau, so hab ich's auf jeden Fall verstanden, ne. Nebenbei werden einige Waffen durch Pack-Gepunched verbessert. Kann man auch noch nicht viel zu sagen, lassen wir uns einfach mal überraschen, ja. Ich hab auf jeden Fall gelesen, dass durch Pack-Gepunched die Waffen ein bisschen verstärkt werden sollen. Ne, dazu kommt noch, dass es ein sogenannten Zombie-spezifisches Waffenarsenal geben soll, wozu es auch wiederum nicht genug Infos gab, ja. Ich hab einfach nur gelesen, Zombie-spezifischer Waffen-Modus, äh, Waffenarsenal. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, was uns da erwarten könnte oder was ihr darunter versteht, ja. Ich könnte mir darunter vorstellen, dass es irgendwie spezifische Blueprints für, nur für den Zombie-Modus gibt oder dass man irgendwelche Multiplayer-Aufsätze jetzt auch im Zombie-Modus gibt, ne. Ich blende euch einfach mal, äh, regelmäßig Bilder ein, falls ich da auf jeden Fall was zu finde, genau. Aber ansonsten war es das eigentlich auch schon im Großen und Ganzen mit den Sachen, die veröffentlicht wurden und mit denen die Sachen, die uns noch erwarten, ne. Es ist auf jeden Fall noch nicht viel, äh, Output freigegeben worden, ja. Ich blende euch hier einfach mal ganz kurz ein Bild ein, wo ich euch mal gerne, mich mit euch ein bisschen gerne unterhalten würde. Und zwar sehen wir hier drei Kugeln, ja. Äh, was es damit genau zu tun haben könnte, weiß ich nicht. Vielleicht hat es ja was mit Outbreak zu tun. Aber Leute, sind, da bin ich mir auf jeden Fall noch nicht einig. Also ich hab wirklich noch gar keine Vorstellung, was es sein könnte. Das ändert mich so ein bisschen an den Todesstern aus, äh, Star Wars, ja. Aber was es damit mit dem Zombie-Modus zu tun haben sollte, weiß ich nicht. Wenn da jemand auf jeden Fall von euch Ahnung hat, darf es mir gerne in die Kommentare schreiben. Da bin ich auf jeden Fall immer offen für neue News, ja. Genau, Leute. Ansonsten, nochmal zusammengefasst, das neue Update, Standoff kommt rein, paar neue Waffen werden verändert. Äh, das, der, der Oberbegriff, also der Titel ist halt das 80er, äh, Event, ja. Also was ist 80er Event? Der 80er Teil, ne. Deshalb kommen auch John McCain, äh, McLean und John Rambo rein in die Olga, ne. Und Zombie-Modus wird auf jeden Fall sehr vieles angepasst. Vielleicht bekommen wir ja dieses Mal auch Berlin. Ich weiß es nicht, Leute. Vielleicht gibt es es auch schon. Ich bin wirklich nicht der Zombie-Spieler, deswegen dürfte ich mich darauf nicht festnageln. Ich bin eher so der Multiplayer-Typ. Und ja, Leute. An der Stelle war es das auch eigentlich schon mit dem Video, ja. Ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn ihr mehr Infos über COD haben wollt oder euch für Gameplay-Kommentaries interessiert oder Tipps und Tricks, dürft ihr den Kanal gerne mal abchecken. Ihr findet, hier kommen täglich, äh, nicht täglich, sondern zwei Videos die Woche immer reingeschallert, ja. Und ja, Leute. An der Stelle würde ich mich auch von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Mid-Season von der Season 3. Und ja, Leute. An der Stelle wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.